Ross Anthony und Eloy de Jong haben vieles gemeinsam. Sie lieben es laut, schrill und bunt. Doch was in der Schlagerwelt oft zu heftigen Konkurrenzkämpfen führen kann, hat bei diesen zwei Musikern eine ganz besondere Verbindung geschaffen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch als sich Ross Anthony und Eloy de Jong vor sechs Jahren kennengelernt haben, waren sie eigentlich Konkurrenten. Zwei Schlagersänger, zwei ehemalige Popstars. Doch Rivalität war für beide Männer ein Fremdwort. Schnell wurden sie zu Kumpels. Und heute sagen sie, unsere Freundschaft ist bunt und laut. Ross Anthony, Eloy de Jong, so nah sind sie sich wirklich. Ross hat mich von Anfang an in meiner Karriere unterstützt, dafür bin ich ihm dankbar. Als ich mit Schlager angefangen habe, hat er mich direkt in seine Ross Anthony Show eingeladen, schwärmt Eloy. Und Ross schwärmt von dem Niederländer? Was ich an Eloy so mag? Er gibt immer ein 100%. Alles wird mit Leidenschaft und Liebe gemacht. So arbeite ich auch gern. Deswegen sind wir ein Dream Team. Das ist ein Dream Team. Bis zum nächsten Mal. inquisitor